ich mache das brett auf die das spiel nämlich schon was das wird auch eine runde ja hier wird schon der straße lang kriegt man kann ich auch mit dem bus fahren Da kann ich mit dem Bus fahren, genau. Ich kann ja nicht rumlenken hier. Oh, hier lag ein Poder, Alter. Oh ja. Hallo? Hallo. Jetzt ist es besser. Wo siehst du? Ein Bunker. Oh, und es sind Gegner da. Interessant. Ich war bisher immer nur im Village vor unserer Base. Wir machen mal eine Bunkerführung. Wieso höre ich denn dich koppelt, du Knecht? Na gerne. Habe ich hier noch Kingston? Nö. Nö. Enable. Ja, aber passt auf, da waren Schüsse oben am Bunker. Aber nicht unter. Nö. Okay. Nö. 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 Aber ich hab einen getroffen, aber nicht eingebracht, scheiße und dass sie das auch wegbewegt das war bloß ein kurzes sichtfenster da fliegt sich zusammen waren aber zwei ich habe ein nein ich bin runtergefallen ich habe natürlich kein splint mit alles habe ich mit bloß kein splint hat jemand ein splint von euch danke ich hoffe das ist ein ja ist einer danke also ich habe zwei verbraucht eigentlich ja noch geben wieder hoch am grünen container bei oben aber was muss noch kurz vorbei hatte ich muss noch so jetzt in der bestimmte auch noch immer im grünen container spieler ein habe ich umgelegt wo ist noch grüne hier auch gerade zu heute zu rechts da guckte muss der helfe oben drüber da hinten ja da ist der mauer davor und da guckt uns dahin raus da wird uns vielleicht auch mal runden sorry was hast du gesagt einer ist links drüber ah ok wir müssen ihn pushen also reingehen ja ja sein geht auch bevor sein mädchen zurückkommt er wird sich nicht noch mal zeigen ich glaube wir müssen uns reinschleichen bevor sein mäd zurückkommt müssen wir den entschärft haben hier da bist du hin in der ecke ja jaja ok nein ach das warst du nicht der hockt in der ecke was? ich habe gesagt wenn du links ja wenn du links rum gehst da ist ein guckst du genau in die ecke von dem haus verwechselst du gerade nur links mit rechts nein ins loch rein und links und danach guckst du genau in die ecke rein bis im kummer wenn du ins loch rein gehst links an dem haus lang und dann gehst du rechts rum da guckst du genau auf die ecke drauf da sitzt er ich blickst grad nicht an dem haus lang wenn du ins loch rein kriegst links rum ja da gehst du links und wenn die mauer zu ende ist von dem haus wo du da bist da guckst du dann genau auf die ecke na aber ich bin noch da lang gerannt ne da war dort genau unter der ecke saß der der hat dich wahrscheinlich rennen lassen jetzt liege ich hier im dreck halbkummer oh man mein mail sagt gerade wir sollen an dem vorbei gerannt sein ja ja ich denke du bist das der muss mir hier rechts neben uns in der ecke sitzen du hast du bis links ich bin links rum und dann saß dort eben ja das musst du nicht hat das schön gewartet dass du mit wein also da das ist ja dann hätte sie sehen müssen etwa so offensichtlich jetzt bin ich tot nein 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 ich komme nochmal nachschienen bin blei unterwegs ich bin gleich unterwegs Das bin ich, das bin ich. Unser Met auch tot? Weiß ich nicht. Weil mich hat gerade einer beschossen. Ach man, scheiße. Ich dachte, mein Maid schießt auf mich und ich sage nur, ich bin es. Oh, jetzt bin ich auch tot. Das war der? Boah, das dumme Schwein. Lucky. Oh, wow, wow. Das ist natürlich jetzt richtig krass. Da müssen wir warten, bis wir gelandet sind. Du hörst dich richtig krass beschissen an. Ja, es geht. Wir müssen warten. Wir müssen aufpassen, nicht, dass hier jemand kämpft hier an der Landezone. Wer ist vor Räck? Ich habe eine Uhr auch gehört. Ich auch. Ist ja ein Heli gerannt. Ja? Bist du ein Heli gerannt? Ja. Oh Mann. Scheiße. Einmal Lima 2 wieder. Du kannst nochmal mit einem Heli zur Lima 1 kannst du dich einsammeln. Es ist keiner hier. Also wir wurden nicht beschossen. Na ja, soll es doch irgendwo einen Eingang geben hier oben. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier ist, dass man schneller in den Bunger kommt. Ja, da war es. Ich weiß nicht, es muss außerhalb des Geländes sein, sonst macht es gar keinen Sinn. Wenn ich erst drinnen bin, kann ich auch durch die Bungertür rennen. Es gibt ja noch einen anderen Bungerausgang. Ich habe mich besten raus. hinten an der Phase, wo das Wachhäuschen für das Einzelne ist. Na, da will ich ja nicht rein. Eigentlich. Aber hier oben ist irgendwas. Ja, siehst du das? Ja, ein gezäuntes Ding. Und was ist das? Wir werden es überprüfen. Alle leise? Ja, hier ist er abstieg. Ja, ja. Das ist das bestimmt. Aber wie kommen wir hier rein? Ja, hoch und da runterhoben. Boah, alter. Da kann ich immer... Boah, alter, der Teil ist. Hier ist eine Tür, alter, der Trottel. Ach, wir können nur durch die Tür gehen in Münster. Ja. Das ist auch geil. Kann ich jetzt hier reinspringen? Ja, ich bin drin. Dann machen wir es einfach. Moment. Habt ihr überhaupt noch nicht gesehen? Ich krieg vielleicht noch eine bessere Waffe, ne? Wo soll der Helm? Nee. Das ist jetzt, wo wir hier die Treppe hochgesprungen sind. Die kaputt haben. Oh, hier schießt schon wieder was. Ach hier, ja, die oberste Tafel, genau. Die dürfte eigentlich keiner sind. Wo bist du denn lang? Du bist wieder weg. Du rennst schon schnell. Ich bin schon wieder tot. Hier war schon wieder einer. Was ist das? Ich lieg im Koma. Ich weiß auch nicht, ob ich den umgelegt habe. Ach, ich höre dich. Der muss aber Hitze gekriegt haben, offentliche. Schleich mal um die Ecke gucken, ob der sich fliegt. Ich skippe mal und komme wieder. Oh, Mann. Na ja, warte, bis ich muss das Magazin wechseln, dann nicht, dass der kommt. Aber ich glaube, der muss ja hochspringen. Das wird er nicht machen. Ey, dass da einer gehockt hat, Alter. Was ist denn hier lang? Oh nein. Da war ich noch an der Kiste. Ich bin gerade raus. Das ist ein Besitz, also. Da war einer. Da stand einer. Warst du das? Ja. Oh, ich habe fast eingeschissen. Ihr seid nebenan doch. Oh, oh, da wurde geschossen. Schützer wie Sau hier. Was sagst du? Nee, behalte du mal. Behalte du mal. Wir sollten keinen Kontakt haben bis jetzt. Komm. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit mir ins Abenteuerland. Auf deine eigene Reise. Das ist deine Reise, ja. Deine Scheiße, Alter. Der Typ ist so blöde hochzuspringen, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat, anders verstehe ich das nicht. Ich wollte die blöde Mission machen mit dem Hochgehen, aber der ist zu doof. Hat es noch nicht geschafft, bis jetzt. Vielleicht habe ich ihn rumgeniedert oder springe da unten rum. Nö. Ich höre ja überall trampeln und sprechen und das ist Wahnsinn hier. Wie 100, Mann. Ihr schießt, wird er wie Sau. Hm. Da bist du. Hallo, hier bin ich. Okay. Kommen Sie bitte. Geil. Keine Bruchseaktik da vorne. Ja. Warte mal, ich habe die falsche Waffe, oder? Halt die, ja, haben wir die Waffe dahinter. Das ist die falsche. Natürlich liegt da noch nicht. Ja. Du brauchst die, oder das ist meine, mit dem Hosen weg. Das hat er jetzt erst gesehen. Das hast du mir jetzt erst gesehen. Nee, nee, aber das ist noch vor, als ich reinkumde. Aber ich dachte so, ich habe mich abschließt, aber ich schuhe, und ich schuhe, ich schuhe, ich schuhe, ich schuhe, ich schuhe, ich schuhe, ich schuhe. Okay. Sollen wir eine Granate reinpacken, oder so? Wo sind meine ganzen Granaten hin? Die sind in der Weste, glaube ich, oder Bruchtwack, ja? Oh, nee, hier, warte, hier. Vier Stück. Hier habe ich sie. Mit Dreieck legst du bloß. Ja. Das muss reichen. Wie die klingen, geil. Wie, wie echt? Du wirfst sowieso nicht Dreie. Du bist vorher tot. Nee, ich darf die jetzt hier um die Ecke, oder? Mal eine zumindest runterhauen, falls der da noch hockt. Aber ich glaube nicht. Und das sah gut aus. Zumindest kann man das vorgrüßen, nee? Er ist tot. Er ist tot. Ach, hast du da, habe ich den Idioten? Warte, ich schmeiße keiner weg, da. Ja. Falls noch sein Mate unten sitzt. Können wir da seinen Helm nehmen? Weil ich habe ja keinen. Soll ich es riskieren, runterhauen? Ja. Falls du immer schießt, ich bin hinter dir. Der Hacker hat er bloß, naja, war klar. Achso. Aber er hat wenigstens die Weste für mich, genau das, was ich brauche. Oh, seinen Rucksack nehme ich mir. Ja, machen wir. Oh, ich habe meinen Fressen irgendwo reingepackt. Also hier bei ihm im Rucksack. Da hast du genug. Da ist alles drin, da ist blind alles. Oh, dog. So, kannst du meinen Rucksack nehmen, wenn du möchtest. Ich habe ja ihn. Nee, nee, ich habe ihn. Achso. Lucky, hast du einen Rucksack? Okay. Wenn ich jetzt nur meinen nehmen könnte, dann liegt ich hier unten. Mach auf den hier, da bin ich schneller, agiler. Was musst du hier machen? Na, eigentlich muss ich hoch. Achso. In die Hütte da oben, weißt du. Ach, die weiße, kleine, oder? Ach, die große, wo die Betten sind. Nee, da nicht. In die weiße, kleine. Das weiße, hm. Wieder gehen wir mal. Oh, Moment. Ich glaube, hier ist nicht wieder mehr. Na, wurde doch noch geschossen oben. Ja. Oh, da kommt gleich von links. Oh, Moment. Da hat er seinen Moment. Das ist so ein schönes Bruder hier. Das ist so links gar nichts mehr. Das war nur ein oder? Nee, rechts ist noch irgendwo rechts oben, über. Hey. Du Bussi. Alter, er ist schon zusammengesackt, bevor du dich geschossen hast. Meine Munition war alle. Da war noch ein, oder? Nee, war keiner mehr. Ja, da war schneller tot, als ich gepassen habe. Ja, hast du es auch so gesehen? Ja. Komisch. Ja, klar, ist gut. Die töten sich schon vom Anblick. Ja. Oh, Moment mal. Jetzt hier war noch einer, wenn er nach rechts gegangen ist. Lucky? Ja, das klappt gar nicht, Alter. Wo bist du? Ah. Okay. Alter, der stirbt nicht, oder? Muss ich meine Waffe nehmen? Jetzt lass den Idiot nach hinten. Wir müssen doch da gar nicht lang. Jetzt sind aber zwei, ja. Die sterben nicht. Jetzt lass die Arschlöcher, Mann, wir müssen ja hier vorne hoch. Du machst alles kapllisch und hättest uns die Spieler noch auf den Hals. Mit deinen lauten Gebrauen. Jetzt ist er geschoben. Jetztрон dumme. Isch Noel. Oh, komm her. Okay. Aber hier, äh. ich mache das brett auf den wohnen was ist denn das für ein dreck also ja es geht nicht auf ich sehe dich gar nicht an der tür also wir werden gleich wieder hier jetzt ist einer an der tür da hat einer an der tür und läuft das war ich vorhin gerade direkt darauf haben wir kämpft man sich vor euch und verliert wieder sein zeug auch vielleicht vielleicht behalten wir es ja aber normalerweise behält es leck mich am arsch jetzt können wir dann noch mal